Für Aminia Bielefeld, es steht 1 zu 0, Hertha reklamiert zwar noch, ich weiß nicht was das war, aber zumindest Dona Diabo den Ball ins Netz. Warum protestieren die Berliner, aber der Ball ist drin und gibt es nochmal eine Videoüberprüfung jetzt, das wollen wir nicht hoffen, dass das wieder aberkannt wird, wie damals der Elfmeter bei den Arminen als Klos, ja gefault wurde angeblich, aber dann wurde es nicht gemacht und jetzt gilt das Tor aber, wie ich das sehe. 1 zu 0 für Aminia Bielefeld, 3 zu 0, Diabo links Schuss, erstes Bundesliga-Tor für Diabo im Trikot vom Arminia Bielefeld. Ich glaube es war sowieso das erste Bundesliga-Tor des Mannes auf der linken Außenbahn und es ist verdient, Aminia Bielefeld, die bessere Mannschaft hier.